Die Atomenergie ist nicht die Technologie der Zukunft. Der rücksichtslose Verbrauch aller nicht regenerierbaren Energieformen stellt einen gravierenden Eingriff in unsere Schöpfungswelt dar. Ich würde sogar sagen, das ist eine Erbsünde, von deren Tragweite wir uns noch gar kein Bild machen. Die dramatischen Ereignisse in Japan machen drastisch deutlich, dass auch bei uns der Ausstieg aus der Form der Atomenergie gefordert ist, wie es ja gerade die katholische und auch die evangelische Kirche bekräftigen. . .